Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Impuls-Podcast. Mein Autonname ist Marinha. Ich möchte dir einfach gerade meine Gedanken mitteilen, die ich gerade gehabt habe und habe. Und zwar möchte ich dir für diese Zeit momentan mit auf den Weg geben, dass es vielleicht sein kann, dass du Momente hast, wo du nicht mehr weißt, wie du all das, was in dir hochkommt, all die Angst, all die Existenzängste, all die Überlebensangst, wie du die aushalten sollst. Und es kommen vielleicht Momente, wo du ganz gut damit umgehen kannst, wo du wieder im Frieden bist, wo du wieder im Vertrauen bist, wo du darauf vertraust, dass alles wieder gut wird. Und sollte diese Phase vielleicht länger dauern, als wir alle glauben, und wir in unserer Angst oder Überlebensangst noch mehr herausgefordert werden, als wir es bisher alle glauben, dann kann es sein, dass das Momente werden, die sich häupfen, dass du immer öfter diese Überlebensängste vielleicht hast, dass du andere Ängste hast, dass du andere Sorgen hast. Und in solchen Zeiten fordert uns das Leben heraus, eine tiefere Perspektive einzunehmen, ein tieferes Vertrauen in uns zu finden, mehr Vertrauen ins Leben zu finden, als jemals zuvor. Und ich habe schon ganz viele Krisen hinter mir und bin schon sehr lange auf diesem Erwachensweg und auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung und weiß dementsprechend, wie solche Krisen und Schritte aussehen und was das Leben in solchen Momenten von uns fordert. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Dinge im Außenweg brechen, die einem Sicherheit und Halt geben und wo man immer gelernt hat, dass man das braucht, um überleben zu können oder dass bestimmte Lösungen wegfallen, die man im Kopf hat, wie man das Leben meistert und plötzlich fallen vielleicht diese Mauern, die einem der Halt gegeben haben, weg und man kennt aber die Lösung nicht. Man kennt vielleicht den Weg nicht, man weiß nicht weiter, man weiß überhaupt nicht, was es dann noch geben soll, außer diese Oberfläche, die man eben kennt. Wir Menschen haben oft nur ein paar Lösungen an der Hand, wie wir das Leben meistern. Und wenn diese wegfallen, dann stehen wir ziemlich schlecht da erstmal und haben das Gefühl, eben nicht mehr überleben zu können, wenn das Ganze wegbricht, was wir gewohnt sind und die Lösungen, die wir eben gewohnt sind. Und was ich die letzten Jahre einfach gelernt habe, ist, dass, naja, erstens ist das Leben tiefer, als wir alle glauben, zweitens haben wir alle eine tiefere Aufgabe, als wir oft glauben und die kommt eben an solchen Tagen oder in solchen Krisen zum Vorschein, welche Aufgabe wir wirklich haben, ob wir wirklich nur dieser Körper sind, der arbeiten geht und Geld verdient und sich selbst die ganze Zeit kontrollieren und halten muss oder ob es da noch mehr gibt, das muss jeder für sich herausfinden. Ich möchte da niemanden mehr überzeugen wollen müssen, weil das nichts bringt. Ich habe einfach in meinem Leben herausgefunden, dass es ja tiefere Schichten gibt, tiefere Ebenen, die wir einnehmen können, wenn wir eben fallen. Und das Ganze offenbart sich uns auch erst, wenn wir fallen und wenn wir uns fallen gelassen haben. Also wir können immer erst auf eine tiefere Ebene zugreifen, wenn eben das gewohnte Weg bricht und wenn wir dann gar keine Chance mehr haben, uns selber aufzufangen und selbst zu kontrollieren und selbst zu halten und dann fallen wir eine Ebene tiefer und dann entdecken wir, dass wir aufgefangen werden von etwas, was wir zuvor nicht geahnt hätten und nicht gewusst haben und auch nicht gekannt haben. Und das passiert immer erst dann, wenn die Kontrolle vom Ich einfach wegfällt. Wenn diese Kontrolle wegfällt, die wir im Kopf haben, wo wir Lösungen kennen, Wege kennen, wo wir wissen, wie das Leben weitergeht. Und immer wenn diese ganzen Wege, die wir da im Kopf haben, nicht mehr funktionieren, dann kommt ja erst die Kontrolllosigkeit und immer dann, wenn aber das alles nicht mehr funktioniert und wir sozusagen in einer Krise sind und keinen Ausweg, keinen Weg mehr kennen, dann offenbart sich erst die tiefere Ebene. Und viele von uns kommen ja vielleicht nie dahin, auf eine tiefere Ebene, manche immer mehr, manche immer ein Stück mehr und manche eben auch nur durch äußere Krisen, durch kollektive Krisen. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Seelenweg, was einfach für uns vorgesehen ist, was wir da zu tun haben und wie sehr wir reifen wollen und wo wir als Seele auch hinreifen möchten. Beziehungsweise die Seele ist sehr reif, die Persönlichkeit einfach, die in diesem Körper steckt und eine Seele mitbekommen hat oder diese Seele ist, aber einfach als Persönlichkeit heranreift in diesen Körper und eben das ganze Spiel erst durchschauen darf im Laufe des Lebens, wie denn das Leben eigentlich funktioniert und was das Leben eigentlich von uns möchte und will. und das Leben ist ja wie ein Puzzlestück, wo man Stück für Stück einfach aufdeckt und ja, man läuft eigentlich durch dieses Spiel und versucht irgendwie herauszufinden, was sich auf diesem Puzzleteil verbirgt, wenn man es umdreht und ja, diese Puzzlestücke offenbaren sich einem auch nicht einfach immer irgendwie, sondern meistens muss man eine bestimmte Reife immer erfahren, um das nächste Puzzlestück sehen zu dürfen. Und ja, so läuft halt das Leben oft und ich möchte dir einfach heute mal mit auf den Weg geben, wenn du vielleicht in dieser Phase manchmal solche Angstanfälle hast und du hast das Gefühl, du erstickst, weil du solche Symptome hast im Körper, weil du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr atmen oder dir schnürt das alles zu und du weißt einfach vom Kopf her keine Lösung mehr, du weißt nicht mehr weiter, oder du kennst die Wege nicht mehr, dann versuch einfach immer zu atmen. Versuche wirklich immer. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht mehr, du kannst nicht mehr, du erstickst an dieser Angst, an dieser Sorge, an diesen Gedanken, die dir vielleicht durch den Kopf gehen, versuch dich wirklich zu zentrieren, dich hinzustellen, wirklich ganz fest auf deine Beine zu stellen, auf deine Fußsohlen zu stellen, wirklich einen guten Stand einzunehmen, deine Hände entweder nach oben hin wegzustrecken oder auf dein Herz zu legen oder irgendwie so, dass du einen festen Stand hast, einen sicheren Halt hast und dann wirklich ganz tief einzuatmen, dir ein paar Minuten zu nehmen und immer wieder einzuatmen, immer wieder auszuatmen, immer wieder beim Einatmen sagen, ich vertraue, beim Ausatmen immer wieder sagen, ich lasse los, ich lasse alles los, ich gebe ab, ich übergebe dem Universum, gib ab. Wenn du nichts mehr halten kannst, wenn du nichts mehr kontrollieren kannst, dann fängt Vertrauen an. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann erst beginnt Vertrauen, dann erst beginnt dein Vertrauen ins Leben, dann erst kannst du schauen, wo stehst du wirklich im Leben, wie sehr lässt du dich wirklich fallen, wie sehr hast du das Leben wirklich herausgefordert, schon was das Vertrauen angeht, hast du dich wirklich schon mal fallen gelassen, hast du wirklich schon mal erlebt, wie es ist, wenn Gott einem auffängt, hast du schon mal das Geschenk erfahren dürften, was es bedeutet, wenn man aufgefangen wird und wenn dich diese Angst überkommt, dann atme ein und atme aus, stell dich wirklich ein paar Minuten hin und stell dir immer wieder vor, dass das einfach ein Gefühl ist, dass das gefühlt werden möchte, dass jetzt gerade vielleicht nichts passiert, dass du gerade sicher bist und dass du vertraust, dass du darauf vertraust, dass du aufgeponnen wirst, dass du darauf vertraust, dass sich Lösungen zeigen werden, wenn es sein soll und dass du auf alles vertraust, egal wie es ausgeht, dass du nicht vom Leben versuchst zu fordern, und dass irgendetwas Bestimmtes passiert, sondern dass du dem Leben wirklich vertraust, dass das, was sich zeigt, für dich wichtig ist, für dich sinnvoll ist, für die Entwicklung und für deinen Weg wichtig ist und man kann nicht verhindern, dass auch mal etwas Blödes passiert oder dass etwas passiert, das wirklich nicht angenehm ist und dass man etwas Bestimmtes verliert oder loslassen muss, das sage ich gar nicht. Es kann wirklich sein, dass so etwas eintritt, aber es geht nicht darum, es geht darum, dass wir wirklich Vertrauen finden, dass wir versuchen, wirklich dem Leben zu vertrauen, dass egal wie scheiße es aussieht, es zum Weg dazugehört, zum Erwachen dazugehört, zum Bewusstwerden dazugehört und dazu gehört, dass man eben reifer werden kann, dass man wacher werden kann, dass man bewusster werden kann und dass, wenn das jetzt wirklich passieren sollte, dass dazugehört zu diesem Weg, zu deinem Weg, zu deinem Seelenweg und dass du dir das auch auf Seelenebene genauso ausgesucht hast. Versuch in der Eigenverantwortung zu bleiben, versuch wirklich zu vertrauen, aber versuch auch darauf zu vertrauen, dass du das schaffen kannst, dass du die Möglichkeit in dir besitzt, diese Krise auch zu meistern und wirklich stärker daraus hervorzugehen, dass es nicht bedeutet, dass man untergeht, sondern dass es vielleicht manchmal echt dunkel aussieht, aber man kann es schaffen und wichtig dabei ist immer wieder, so oft man kann, ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich schaffe das, ich vertraue dem Leben und egal, was es mir jetzt bringt, ich bleibe da, ich bleibe präsent, ich bleibe hier, ich atme und ja, ich gehe mit, ich gehe mit diesem Weg, mit der sich mir zeigt und das wollte ich dir heute mal mit auf den Weg geben und ich wünsche dir ganz viel Kraft dabei und dass dir das hilft bei dieser Phase und dass du damit was anfangen kannst und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit auch und ganz viel Energie in dieser Zeit, dass du deinen Weg findest, dass du deine Antworten findest auf die Fragen, die du hast und dass du wacher aus dieser ganzen Situation herausgehen darfst und ja, wir werden nicht wacher, wenn wir nicht durch etwas durchgehen müssen und deshalb ist es auch so wichtig, dass man es nicht verhindert, durch etwas durchgehen zu müssen, sondern dass man sich auch manchmal dem stellt und sagt, okay, ich habe scheiß Angst und ich weiß nicht, was kommt und ich habe keine Lösung, aber ich bin bereit und ich nehme die Herausforderung an und das wünsche ich mir für dich, dass du das schaffst und dass du nicht davor weggrennst, sondern dich wirklich hinstellst und sagst, okay, ich bin bereit, was ist zu tun und ich atme und ich vertraue und ich gehe so oft ich kann ins Vertrauen. So, damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Podcast wieder. Alles Liebe und bis bald. Vertraue und glaube, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal.